So Freunde und damit herzlich willkommen zurück zu Sonic Adventure DX. Wir sind hier gerade beim 400 Ringe sammeln im Casino. Und ich habe keine Ahnung, was ich tun soll. Vielleicht den Flippertisch Knights benutzen? Ich weiß nicht. Wir machen einfach mal hier eine Runde auf den Flippertisch Knights. Ja doch, da kommen schon so ein paar Ringe rein pro Aufprall. Hammer. Gut. Wow, wow. Verliere ich ihr Leben eigentlich? Ich weiß es nicht. Wow. Ach und jetzt muss ich noch was überleben, damit ich meine Ringe salven kann. Anscheinend. Wenn ich das jetzt richtig verstehe. Denn erst wenn ich die Scheiße hier überlebe, sind meine Ringe gesaved. Das ist ja ein Müll. Gut. 80 Ringe. Das heißt, jetzt haben wir 99. Wow. Zurück Sonic. Ich hätte schon ja noch ein paar mehr Ringe. Die nehme ich auch liebend gern mit die 10. Die auch. Wisst ihr, was ich auch machen könnte? Ich könnte mir eben meinen Timer wieder starten. Das kennen wir ja von mir, ne? Dass ich zu dumm bin, immer rechtzeitig meinen Timer zu starten. So, das sind halt die PC-Projekte. Bei denen bin ich wirklich immer zu dumm, irgendwie den Timer zu starten. So, ähm. Wenn ich jetzt natürlich meine Ringe verliere, dann gibt es einen Weltsquid. Wenn das nicht schon nach Ringverlust aussieht. Ein Stern aus Ringen nehme ich dankend an. Wir brauchen jeden Ring, den wir kriegen können. Also muss die Scheiße jetzt sein. Sonnig. Dankeschön. Kletter da nach oben. Komm. Ich habe keinen Bock mehr. Okay, wir sind in den Duschen. Anscheinend. Komm, nehmen wir alles mit. Nehmen wir alles mit. Wo sind wir denn gerade? Noch im Casino? Da müssten wir ja eigentlich, ne? Jo, wir waren noch im Casino. Und da hinten ist unsere... Gebe her. Da hinten ist unsere Goldkammer. Da liefern wir jetzt gleich die nächsten Ringe ab und... Dann bin ich mal gespannt, was geschehen wird. Ah. Gut. Wo kriegen wir jetzt die restlichen her? Das ist so eine Slot-Maschine. Auf die hätte ich auch Bock irgendwie. Oh, noch ein neuer Flipper. Gut, gut. Ein Sonic-Flipper. Gut, dass ich da überhaupt noch selbst draufgekommen bin im letzten Party. Auf das Casino. Ich glaube, ich hätte da wirklich eure Hilfe sonst gebraucht. Ich hätte da nicht gewusst. Ja. Da konnte ich nichts tun. Oh, da hinten hat es gerade Ringe geregnet, Freunde. Da ging es gerade ab. Hammer wäre natürlich, wenn ich jetzt natürlich hier noch ein Jackpot kriegen würde. Das wäre Hammer. Da müsste ich aber hier in die Mitte mal hochkommen. Und ich glaube, so viel Lack habe ich nicht, dass das irgendwie geht. Pop. 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 Hui. Nein. Wow. Das war knapp. Glaube ich. Okay. 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 Das war noch nie gut in solchen Flipper-Games. Ah doch. Äh, cool. Kann ich das irgendwie anhalten oder hält das von selbst an? Ne, ich muss das anhalten. Pop. Schade. Nein. Nein. 80 Ringe haben wir. Fast 100. Jetzt haben wir 100. Da gab es sogar ein extra Leben und ich habe gefragt, ich weiß nicht, was ich da tun hätte sollen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch seht. Schade. Schade. Immer noch schade. Na egal. Das war glaube ich nicht so gut, oder? Läu. Ich gehe ab. Ja, aber langsam könnte ich auch mal rausfallen. Das würde ich feiern. Ui, und nochmal, weil es so viel Spaß macht, ne? Den Flipper, der liegt mir irgendwie besser. Der macht, der mocht sich irgendwie, finde ich. Ja. 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 Okay, jetzt bin ich weg. Hahaha. Gut, na dann, geben wir die Ringe ab und erfreuen uns an den nächsten Chaos-Emerald, würde ich sagen. Hat ja lang genug gedauert, um den zu erreichen. Oh Gott. Aber letztendlich haben wir ihn. Ja, nicht schlecht. Und ne Schneeflocke oder so. Eggman hat uns mit seinen Poops besiegt. Wunderbar. Oh Mann, was ist mit dem Emerald, den wir vorhin hatten? Ah, ich glaube Eggman hat einen von ihnen. Aber der andere ist sicher. Der Mann muss sicher sein. Das bedeutet seinen 2 zu unseren 1 und das ist nicht gut. Komm schon, Sonic, wir müssen uns beschäftigen. Gut, hey Charmy. Charmy? Wo ist Charmy? Wo ist Charmy? No, Charmy. Da flog doch... Da ist doch grad Charmy geflogen, oder? Das jetzt können wir mir nicht sagen. Ähm... Jetzt müsste ich wissen, was ich tun muss. Als nächstes. Als nächstes. Das wär cool. Wir gucken einfach nach. Ba 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 ba. Jaaaa... Use the Ice Stone in the Mystic Ruins. Wo ist denn der Ice Stone gelandet, Freunde? Wisst ihr, da hat... Wo der ist... Der Ice Stone in der Nähe gelandet werden? Ich weiß das nicht. Ich weiß das nicht. Aber der muss doch irgendwo hier in der Nähe gelandet sein. Ähm... Ice Stone! Komm her! Ähm... Gut, dann... Driven waren wir zu den Mystic Ruins, würde ich sagen. Wahrscheinlich als nächstes kommt ein Winterlevel. Bin gespannt. Aha. Sehr schön. Müssen wir die Cave nur noch finden. Mh... Wunderbar. Wir werden direkt davor rausgelassen. Na dann. Ich glaube, hier kommt ein Winterlevel. Hier gehört der Ice Stone irgendwo hin. Ich weiß es nicht genau. Ja, nicht runterfallen, Sonne. Wir wollen oben bleiben, weil oben ist es schöner. Und ich glaube, hier gehört der Ice Stone hin. Der Schlüssel schwebt und... Da ist was geschehen. Gehen wir rein. Der hellblaue Chaos Emerald, vielleicht direkt so. Mh... Mh... Ist hier wart im Wasser? Wenn da war dem Wasser ist, können das mir ja sagen. Mhm... ...und jetzt wird's ein bisschen nervig. Ok, der grüne Chaos Emerald, gleich zwei Chaos Emeralds. In dem Paar, dem letzten gab's gar keinen... Ne, im letzten gab's gar keinen. In dem gleich zwei. Von mir aus. Häng auf dem Icicle und schaue. Du solltest nach vorne schlafen, aber nicht zu lange. Sie werden sofort ausgeliefert. Das ist richtig scheiße, wie ich finde. Das gefällt mir gar nicht. Das bockt sich nicht. Aber von den Running Passagen habe ich bis jetzt eh noch keine guten gesehen. Also die Running Passagen gefallen mir eigentlich gar nicht. Ich bin gespannt. Vielleicht kommt ja da noch was. Ich bin auch gespannt, wann es mal wieder gegen Eggman geht. Vielleicht können wir uns sogar die ganzen Chaos Emeralds zurückholen. Ich weiß ja nicht. Verfüttert hat er den jetzt auf jeden Fall noch nicht. Den neuen an Chaos. Vielleicht können wir den sogar noch zurückholen. Bevor Chaos ihn bekommt. Das wäre gut. Das wäre echt gut. Da. Nicht runterfahren, Sonic. Sonic, das ist ganz, ganz böse. Hui. Okay. Hui. 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 Und Hui. Ja, ist jetzt ein bisschen langweilig. You're gonna have to fall off. You're gonna have to fall off. Um dein Leben. Gut. Hui. Hui. What a looping? Hat irgendwie nicht funktioniert. Use the panel to jump. It may even help guide you way. Danke, 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 danke In die Richtung muss ich Und jetzt in die Aber jetzt weiß ich nicht mehr in welche Jetzt sind wir zwei Oh, genau, der Eiszapfen Dann hauen Warte mal, warte mal, warte mal Wir gucken uns besser nochmal um Ne, da riskiere ich keinen Jump Es gibt ja in den Unterwelten hier In den Running Stages Gibt es ja anscheinend, so wie ich das gesehen habe Yeah, guckt euch das an, Freunde Steuert sich ein bisschen dumm In den Running Passagen Also in denen hier Gibt es auch Embleme zu sammeln Yeah, wir können sogar jumpen Die Kamera gefällt mir schon besser Yeah, ey, Freunde, das geht ab Da düsen wir runter zum Chaos Emerald, würde ich sagen, oder? Oder etwa nicht Na doch Und das sieht gar nicht mal allzu schlecht aus in der Grafik Die Grafik ist eigentlich recht akzeptabel hier Ba, 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 ba Oh yeah Sind das Eggman Sind das Eggmans Leute dort? Anscheinend ja, die wollen uns aufhalten Wir dürfen, ähm, nicht aufgeben Wir müssen an den Chaos Emerald rankommen, Freunde Gib nicht auf Ba ba, 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 ba Da-ba, ba pal Da-ba, ba, ba Da-ba, ba Ba, ba Da-ba, ba Da-ba Bin ich hier nicht schon mal lang gefahren? I don't know Gib voll fett Sonic Oh yeah, zwei Chaos Emeralds in dem Part Ich bin vollkommen zufrieden Ja, komm Wunderbar, 578 Ringe haben wir Level C, complete Das Level C verstehe ich immer noch nicht, warum da Level C steht Heißt das der schlechteste Rang oder Wie muss ich das verstehen? Ich weiß es nicht Ähm, da oben war die Stage Das heißt, jetzt können wir eigentlich wieder abhauen Von den Mystic Ruins Wir haben jetzt eigentlich wieder alles Ich will mal da Wunderbar ist doch nicht Ich will mal da lang rennen Ich will mal gucken, wo ich da hin Okay, uninteressant Chile Und so ne Ich bin gespannt Ich will jetzt echt noch hier weiterzocken Und zwar Was geschieht, wenn ich jetzt nach Station Square komme Weil eigentlich müsste Eggman direkt dort schon auf uns warten Und dann muss ich den Chaos Emerald wegnehmen Und dann muss ich den Chaos Emerald wegnehmen Ich bin gespannt Was sagst du? Geh in den Mystic Ruins Du könntest etwas finden Okay, gut Ich will sagen Den gehen wir im nächsten Tag auf den Grund Eggman wird wahrscheinlich wieder dort auf uns warten Na dann Freunde Ich hoffe, der Ball hat euch soweit gefallen Und bis zum nächsten Mal Und tschüss Okay Vielen Dank.